Ein Tag im September 2010 ist vielen im Raum Stuttgart als schwarzer Donnerstag in Erinnerung geblieben. Als Zehntausende gegen das Bauprojekt Stuttgart 21 demonstrierten und der Polizeieinsatz eskalierte. Mehr als 160 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen verlor nahezu sein Augenlicht durch einen Wasserwerfer. Dennoch wurde und wird weiter gebaut. Eigentlich sollte das Projekt schon beendet sein, das aus einem Kopf einen Durchgangsbahnhof macht und das mit nur halb so vielen Gleisen den Zugverkehr schneller abwickeln soll. Martin Rottach war mittendrin auf der Dauerbaustelle in Stuttgart und ist der Frage nachgegangen, wann fährt denn nun der erste Zug ab am neuen Hauptbahnhof? Es ist die größte und wahrscheinlich umstrittenste Baustelle Deutschlands. Verzögerungen, explodierende Kosten, seit 14 Jahren wird hier gebaut. So ein Projekt als Bauingenieur baut man das vermutlich nur einmal in seiner Karriere. So etwas in der Form wird es nicht wiedergeben und deswegen freue ich mich auch total hier zu sein. Und da dran mitwirken zu können. Das ist klimapolitisch kompliziert und es lenkt alles ein bisschen davon ab, dass das im Großen und Ganzen ein nicht funktionierendes Projekt ist. Wo wir laufen, sollen mal Züge fahren. Marc Teilemann ist Projektleiter für den neuen Tiefbahnhof. Er ist von Anfang an dabei. Zweimal pro Woche kontrolliert er die Baustelle. Teilemann, Servus. So, wir sind vor Ort. Als erstes geht es heute in die Tunnel kurz vor dem Bahnhof. Hier wird das Gleisbett unter den Weichen betoniert. Zauber runterrottet. Wolfgang Kohle ist der Polier. Insgesamt 24 Weichen müssen sie betonieren. Der Beton darf nicht so schnell aushärten, sonst reißt er. Diese Leute richten die Höhe, dass die Höhe passt. Das muss ganz genau 25 Zentimeter unter, gleich unterschiedliche Oberkante sein. Und die machen einen Feinschliff. Wie lange glättet hier das überhaupt nach? Das sind die Letzten. Die zwei sind die Letzten, dann ist es sauber. Mehr als 500 Menschen arbeiten täglich auf der Großbaustelle. Stück für Stück geht es voran, so auch mit den Betonarbeiten hier. In Südkopf sind wir annähernd fertig. Und jetzt gehen wir langsam raus und bauen dann die feste Fahrbahn im Bereich der Bahnhofshalle. Für Mark Teilemann geht es jetzt hoch hinaus. Raus aufs Dach des Bahnhofs. 28 Lichtaugen bekommen hier gerade ihr Stahlgerüst. Die Schwierigkeit hier ist dabei, das so zusammenzufügen, dass es dann in der tatsächlichen Position ist. Denn wir sagen ja, auch im Stahlbau haben wir Millimeter-Toleranzen. Das heißt, zum Schluss muss es so zusammensitzen, dass sämtliche Leiterelemente dann so eng zusammenliegen, dass man die zusammenschweißen kann. Nach einigem Hin und Her sitzt das Stahlgerüst endlich so, wie es sein soll. Der ursprüngliche Eröffnungstermin für den neuen Durchgangsbahnhof 2019. Die Kosten liegen derzeit bei knapp 11,5 Milliarden Euro, mehr als viermal so viel wie einst geplant. Der alte Kopfbahnhof hat 16 Gleise, der neue soll nur acht haben. Zehntausende hatten hier einst gegen das Projekt demonstriert. Heute stehen einige von ihnen immer noch da und protestieren gegen den Neubau. So wie Werner Sauerborn. Seine Hauptkritik damals wie heute, der Bahnhof werde nicht funktionieren. Die Kapazität des Bahnhofs ist unterirdisch schlecht, also im wörtlichen Sinne. Wenn man davon ausgeht, dass da nur noch die halbe Zahl der Gleise sind, da kann man sich vorstellen, dass das nie die doppelte Kapazität haben wird. Und daran krankt das Projekt und auch in dem Rahmen werden die Fertigstellungen einfach nicht in absehbarer Zeit nicht funktionieren. Das Kapazitätsproblem sieht die Bahn nicht. Denn durch die Digitalisierung könnten mehr Züge mit geringeren Abständen in den Bahnhof fahren. Projektleiter Marc Theilemann ist mittlerweile wieder unten angekommen. Hier wird der Steg für die Fahrgäste montiert. Wenn alles klappt wie geplant, werden im Dezember 2025 hier endlich Züge fahren. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun.